Und ja, du kannst so lange bei mir bleiben, wie du möchtest. Bitte darum. Ach Mensch. Ja, bleibst du heute hier? Soll ich mich freuen, mach doch. Mach ruhig. Mal kuscheln alleine, auch schön. Katharina. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Was hast du so gemacht in den letzten Jahren? Was hast du so für Erfahrungen mit Männern gemacht? Ja. Warst du glücklich? Bist du unglücklich gewesen? Wo wirst du ausgenutzt? Mich würde das mal interessieren, wie das bei dir war. Ja. Was du so erlebt hast mit den Männern. Du hast ja auch schon wahrscheinlich eine Beziehungskarriere hinter dir, denke ich mal.